Aber ich brauche Ihre Hilfe, junger Mann. Bitte lassen Sie mich gehen. Sie erinnern mich an meinen Sohn, der ist in die Großstadt gezogen und jetzt, jetzt bin ich ganz allein. Aber... Sie lassen doch nicht zu, dass ich eine arme alte Frau einen Imbiss kaufen muss, ohne dass hier jemand beistehen würde. Na gut. Aber können wir uns bitte beeilen? Das Geheimrezept. Unglaublich. Ich habe die Tür aufgelassen und mein Schlüsselbund hier vergessen. Und ich habe die Gedächtnisstütze für die Safe-Kombination nicht weggewischt. Der Serviettenspender ist leer. Tja, der füllt sich nicht von selbst auf. Eins, zwei, drei, vier. 135. Na sowas. Sonst habe ich nur 134 reinbekommen. Ich mache es lieber nochmal. Gut, dann will ich jetzt mal gehen. Oh, das neue Telefonbuch, das habe ich noch nicht gelesen. Adam A. Aalfänger. Ha, hat noch dieselbe Nummer wie letztes Jahr. Ha, seit wann gibt es bei uns einen Zysix? Isma, was machst du denn hier? Äh, ich wollte was essen. Okay, schließ danach ab. Ich habe vor dir was anzutun. Alles klar. Super witzig, Isma. Wieso kommst du damit zu mir? Ich bin nicht Isma. Aber ich hole sie mal schnell. Isma, Cusco möchte Sie sprechen. Okay, bleiben Sie so lange hier unten. Hallo, Cusco. Diese Chimps sind köstlich. Ich hab's. Was gerade im Camp, da gibt es niemanden, der ihn beschützt und niemanden, der mich verdächtigt. Es gibt keinen besseren Ort, um ihn loszuwerden. Krank fehlt mir. Ich bitte um Pardon. Vielleicht können Sie mir helfen. Ich bin Touristin und brauche Information. Ein schattlicher Mann, wie Sie kann mir sicher sagen, wofür die Sehenswürdigkeiten extraordinärisch muss gehen. Männer sind wie Wachs in meinen Händen.